Döner. Kennt jeder? Mag jeder. Das ist langsam ganz schön teuer geworden fürs Nebenbeigönnen. Genauso wie Tante Ursula. Warte, was? Der Döner. Eins der bekanntesten Essen unserer deutschen Kultur und ganz oben in der heiligen Trinität der erzdeutschen Küche. Beladene Pommes, gebratene Nudeln. Döner. Aber wie deutsch ist denn der vegane Gemüse-Döner in Wahrheit wirklich? Und wer denkt, alles ist Kebab, was Döner, der hat sich schon vor die Chef im Geschäft mächtig geschnitten. Wo kommt der Döner wirklich her? Wie viel wiegt der durchschnittliche Döner bei seiner Geburt? Warum gibt es eine offizielle Dönerföderation, die uns vor der EU die Markenrechte streitig machen will? Und was sind eigentlich die einzig wahren Zutaten, die auf einen echten Döner drauf dürfen? Und natürlich, wie heißt bei dir eigentlich ein scharfer Döner? Ich wusste gar nicht, dass sich das verhält wie beim Berliner Krapfenpfannkuchen. Das ist überall anders. Türkisch scharf, Indianaschaf bei uns am Südkreuz, extra scharfe Soße, Döner mit rote Zeug, alles außer Knoblauch? Schreib es mir in die Kommentare, drück auf die Glocke, damit du weißt, wann dein Döner fertig ist und abonnier doch gleich noch. Bei jedem fünften geguckten Video gibt es einen Stempel und bei fünf Stempeln gibt es einen gratis Döner. Vielleicht. So, und damit möchte ich dann auch schon gar nicht weiter einleitern, sondern mach mich direkt an den Drehspiel. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder. Der Mann mit allem extra Ziegenkäse und Pulbiber aus dem Internet. Und wie immer wisst ihr schon ganz genau, was wir machen müssen, um uns ein Bild des modernen Döners bilden zu können. Als erstes müssen wir tauchen in die Vergangenheit. Das Besten, was einem Lamm passieren kann. Also gleich nachleben. Wir schreiben den 16. Juni 1836. Der preußische Generalfeldmarschall Helmut von Molchke ist gerade in Anatolien und schreibt in seinem Tagebuch über das Mittagessen. Bla, bla, bla. Dann erschien auf einer hölzernen Scheibe der Kebab oder kleine Stückchen Hammelfleisch am Spieße gebraten und in Brotteig eingewickelt. Ein sehr gutes und schmackhaftes Gerichte. Natürlich beschreibt er hier jetzt einfach nur Schischkebab im Teigmantel, aber in gewisser Weise muss man das zumindest den Zutaten her als originalen Proto-Döner anerkennen. Die Idee, den Grill für die Spieße gen Himmel zu richten, hatte der Geschichte nach ein Koch namens Hamdi, der in Kastamonu einer Provinz der Nordtürkei vor sich hingebraten hat. Und hier kam er irgendwo um 1840 auf die Idee, marinierte Fleischlappen auf einem Spieß gestapelt in seinem vertikalen Grill durchzufeiern und das Ergebnis dann mit Zwiebeln, Petersilie und anderen Beilagen auf einem Teller zu servieren. Proto-Döner-Teller. Seine Erfindung blieb allerdings lokal gebunden. Das heißt, technisch gesehen ist der Döner bis hierhin erst mal türkisch. Abwarten! Um 1860 kam es in Bursa dann dazu, dass erneut ein aufrechter Grill erfunden wurde, diesmal von Iksender Ifendi. Der hat den Spieß allerdings nicht nur aus festem Fleisch gebraucht, sondern aus seiner Mischung von Fleisch und Hackfleisch, Scheiben, die dann dünn abgeschnitten auf einem Fladenbrot mit Joghurt, geschmolzener Butter und gebackenen Paprika serviert wurden. Und bekannt wurde dieses Gericht, dann benannt nach seinem Erfinder unter dem Namen Iskender Kebab. Der Konvergenz-Poto-Döner-Teller. Allerdings ging der auch noch nicht international und wurde in einigen wenigen Restaurants zubereitet, zum Beispiel speziell im damaligen Regentschaftspalast und angeblich soll in dieser Zeit auch der Name zum ersten Mal benutzt werden. Döner Kebab! Der Name Döner Kebab heißt dabei übersetzt einfach nur Drehendes Grillfleisch! Und Dürüm heißt Rolle! Das ist eine stumpfe Objektbenennung. Den finalen Sprung zum Food für die Faust hat der Döner dann aber hier in Deutschland gemacht. Als ein gewisser Karriere-Nurman 1972 als Klassarbeiter herkam, stellt er fest, dass wir uns in unserer deutschen Fleißigkeit zum Essen nicht mal mehr hinsetzen. Und so ward die Idee zum tragbaren, schöner Döner geboren. Noch typisch deutscher Kram wie Kraut, Kohl und wässrige Tomaten rein. Et voilà! Der moderne Döner. Und so wurde aus dem damals Gyros- oder Schawarma-ähnlichen Teller die heutige mobile Brottasche. Oder Rolle. Wenn dir eine saubere Hose lieb ist. Kann man damit den Döner also wirklich als Berliner Erfindung bezeichnen? Das ist dem Stolz überlassen. Also ja! Kadi ist übrigens im Oktober 2013 hier in Berlin von uns gegangen. Wir halten dich in Ehren, Döner-Papa. Keiner war Deutscher. Kommt schon. Deutschland muss auch irgendwas Gutes kriegen. Aber wenn heute alles Friede Hose Schafe Soße wäre, dann würde das Video ja nicht Döner, was ist falsch mit dir heißen. Denn seit der Konzeption des glutenhaltigen Lammquartals hat sich so einiges verändert. Döner, Döner, Sandwich, Döner, Teller, Dönerbox, Pommendöner, Dönerpizza, Gemüse, Döner, fucking Föna. Und das überall. In ganz Deutschland. Ich meine, in finster Weide. Da gibt es nicht viel. Aber mindestens drei Dönerbuden. Döner ist also nicht nur Teil des deutschen Dodens, sondern auch Teil der deutschen Döna. Wir sind so sehr mit dem Döner verankert, dass im Internet ernsthaft gefragt wird, ob Gyros auch Döner ist. Hier sehen Sie ein faszinierendes Naturschauspiel. Ein Holy Probier-Adventskalender in seiner natürlichen Umgebung. Ein seltenes Schauspiel, denn seine Art ist bedroht. Ja, richtig gehört schon. 80% der besten Adventskalender für alle, die auf guten Geschmack stehen, sind weg, gone, ausverkauft. Du brauchst noch ein Geschenk für deinen besten Freund, deine Liebsten und einfach ganz gesund, egoistisch für dich. Dann lass dir von den fleißigen Holy Elfen helfen und gönn dir den Probier-Adventskalender. Was da drin ist? Natürlich nur das Beste, was das heilige Sortiment zu bieten hat. Keine Enttäuschung. Keine Slap-Armbänder oder billiges Plastik, sondern nur das Beste für dich und deinen Christmas-Countdown. Im Probier-Adventskalender findest du nämlich 24 Plastionen Energy, Ice-Tee und Hydration und eine schicke Glasflasche gibt's auch noch dazu. Und wenn du bis zum 3.11. bestellst, sicherst du dir außerdem den EARLY-BURN-Preis. Als Neukunde sparst du mit meinem Code MALTERNATIV 5 zusätzlich 5 Euro. Und wenn du schon mal bei Holy am Start warst, gibt's satte 10% mit dem Code MALTERNATIV. Ich würd den benutzen. Also lass dich ins nächste Level boosten und klick, solange der Vorrat reicht, auf den Erstdick in der Videobeschreibung, scan diesen QR-Count. Und wenn dir das alles zu weihnachtlich ist, dann gönn dir doch einfach sowas von Holy. Wie wär's zum Beispiel mit dem spritzig-fruchtigen Raspberry Rektor. Der geht immer. Und wenn du immer noch nicht überzeugt bist, Holy haben so große Eier, dass sie einem Adventskalender-Unboxing auf hoher Puls zugestimmt haben. Das heißt, ich werde den ganzen Adventskalender für dich unter die Lupe nehmen. Aber das ist ja noch längst nicht das Schlimmste. Und ich red hier nicht davon, dass am Traditionsgericht Döner nicht mehr wirklich irgendwas traditionell ist, sondern von den wirklich schlimmen Sachen. Was glaubst du zum Beispiel hat so einen OG-Döner aus Kadis Händen damals gekostet? 2 D-Mark und 50 Pfennig. Der war mal genauso teuer wie deine Mutter. Entschuldigung. Was hat der 10 Jahre später gekostet? Richtig, 2 D-Mark und 50 Pfennig. Irgendwann ging er dann hoch auf 3 D-Mark. Okay. Dann kam der Euro und aus 3 D-Mark wurden 2,50 Euro. Dat wären 5 D-Mark. Ja, Opa, ist okay. Und bis 2008 kann man sehen, dass der Döner sich in Deutschland stabil zwischen 1 bis 3 Euro gehalten hat. Und heute? Ein Döner für 8 bis 10 Euro. Deutschland ist gefallen. Ja, wenn wir zwischen Kriegen und einem brennenden Planet nicht schon genug Probleme hätten, wir leben. In einer Dönerpreis-Inflationsphase. Nach Daten der guten alten Google-Reviews zeigt sich, dass die Dönerpreise zwischen 2016 und heute um fucking Firmen 70% gestiegen sind. Ich wollte einen Döner und nicht den ganzen Laden kaufen. Während man jedenfalls ewig über die Gründe hinter dem Influx debattieren könnte, finde ich es sehr viel wichtiger zu erwähnen, dass es dieses Problem sogar geschafft hat, die rostigen Ranzräder der Politik in Bewegung zu bringen. Denn die Linken haben im Mai dieses Jahres die Kunde einer Dönerpreisbremse laut werden lassen. Gut, fairerweise haben sie von einem generellen Preisdeckel für Grundnahrungsmittel geredet, weil Essen immer teurer wird, aber trotzdem lustig. Und damit bewiesen, dass der Döner zur Grundnahrung gehört. Tatsächlich wird der Dönerpreis allerdings von vielen als wahrer Anzeiger der Inflation genutzt, da sich seine Preise eigentlich seit der Erfindung extrem stabil gehalten haben und es in ganz Deutschland verteilt über 20.000 Dönerbuden gibt. Und damit entsprechend viele Daten, um auszuwerten. Und die hatten mal alle den praktisch gleichen Preis. Wenn dir also bei Weltverschuldung, Rekordgewinn von Großkonzernen und gleichzeitiger Verarmung der Mittelschicht noch nicht die Lampe angegangen ist, ich hoffe, dass dir denn 10 Euro Döner die Knie stottern lässt. Und der Preis ist natürlich nicht das einzige Problem. Schon 1992 wurde von Deutschland festgelegt, was eigentlich ein Döner ist. Und das war uns egal, denn Döner mit Huhn dürfte nach deutscher Namensregelung eigentlich gar nicht existieren. Da muss nämlich Hühner-Döner-Kebab in der Karte stehen. Macht mein Imbiss des Vertrauens jetzt nicht. Aber trotzdem muss sich an den Rest gehalten werden. Bei einem Hackfleisch-Anteil von über 60% muss man seinen Fleischball mit dem Namen Hackfleisch-Zubereitung am Spieß betiteln. Es darf kein Paniermehl, Soja oder andere Tiere als Lamm, Rind, Huhn oder Pude drin sein. Kein extra Trinkwasser und kein Separatorenfleisch. Mein Liebling aus der Verkaufsauffassung bzw. dem Abschnitt über die Kenntlichmachung der Unterschiede zwischen Döner-Kebab und anliegenden Erzeugnissen. Wenn du gegen so ziemlich alle dieser Grundregeln eines echten Döners verstößt, dann musst du deinen Spieß als Hackfleisch-Drehspieß vom Rind mit Paniermehl und zum Teil fein zerkleinerten Fleischanteil auf die Speisekarte bringen. Das soll so auf der Karte stehen. Hackfleisch-Drehspieß vom Rind mit Paniermehl und zum Teil zerkleinerten Fleischanteil-Teller, Box, Pizza und meanwhile beim Asiaten so, whatever. Jetzt kommt aber der eigentliche Kicker. Vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich gerade jetzt im Juli 2024, hat sich die internationale Döner-Federation bei der EU zu Wort gemeldet. Um die Leibspeise als traditionelle türkische Spezialität sichern zu lassen. Das ist jetzt an sich nichts Neues. Mozzarella oder Serrano-Schinken sind zum Beispiel auch geschützte Namen mit heftigen Auflagen. Aber wir erinnern uns, effektiv ist der Tragedöner deutsches Produkt. Und zwar eins mit einer ganzen Menge eigenen Regeln und Vereinen, die sie seit Jahrzehnten schon Qualitätssiegel nach eigenen Auflagen vergeben. Das wäre damit dann nicht nur auf deren Seite futsch, sondern auch für den durchschnittlichen Döner-Deepthroater. Denn jede Bude, die nicht der türkei-zertifizierten Auflage folgt, müsste dann das Döner aus dem Namensschild nehmen. Dann sind wir mal ehrlich. Kians nicht-Udo-Fed-zertifizierte Vertikal-Grill-Schicht-Fleisch-Spießbar auf türkisch angelehnt geht einfach nicht so gut von der Zunge wie Döner 3000. Aber wie genau sehen die Vorstellungen denn eigentlich aus? Vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm. 0% Hackfleisch, nur noch Fleisch von Lämmern oder mehr als 15 Monate alten Rindern. Würzung und Herstellungsprozess müssen aufs Gramm stimmen und können nicht individualisiert werden. Fleischscheibchen müssen zwischen 0,2 und 0,5 cm dick sein und dürfen nur noch von oben nach unten in eine Eipendel- oder Kegelform geschnitten werden. Dazu muss ein aus besonderem Edelstahl bestehendes und 55 cm langes traditionelles Döner-Messer benutzt werden. Oh, das sind da so Döner-Nazis. Ja, sollte diese Regelung durchkommen, müssten wahrscheinlich nicht wenige Dönerbuden ihre Pforten schließen und der Rest wäre dann wirklich echt zertifiziert gleich. Same, same, but same, same. Kein Gemüse-Döner, keine speziellen Soßen, alles nur noch. Same, same. Glücklicherweise gibt es dabei aber mächtig Gegenwind und auch wenn wir erst in spätestens vier Monaten Bescheid wissen, steht nicht nur ein Großteil der Döner-Enjoyer da draußen dagegen, sondern auch der Verein türkischer Döner-Hersteller in Europa. Und wenn ich dir sage, das sind viele, dann meine ich das auch. Ebenfalls nicht so gut in die Karten spielen, tut es denen, dass ihr Vereinsgründer Teil einer als extrem nationalistisch eingestuften Partei ist. Das sind wirklich Döner-Nazis. Ja, heute haben wir keine Was-ist-falsch-mit-die-rechte-Vergangenheit, sondern eine rechte Gegenwart. Man muss sich ja auch mal abwechseln. Also, Daumen drücken für die Döner-Autonomie und abwarten. Allerdings müssen wir nicht im Schweigen warten, denn unsere Döner-Probleme sind ja noch gar nicht fertig. Gibt es denn jetzt momentan wirklich die Unterschiede zwischen Dönerbuden? Egal, wen du fragst. Ja. Jeder hat irgendeinen extra geheimen Döner-Container, der nach eigener Aussage insgeheim ein Zwölf-Sterne-Restaurant aufmachen sollte. Und noch eine Sache haben wir beim Döner, die normalerweise kein Deutsch hat. Eine Meinung, für die wir auch kämpfen. Beim ersten Essen eines neuen Döners muss ja jeder Budenbesitzer hoffen, dass er eine talentierte Ratte unterm Hut hat, sonst war es das mit der Reputation. Denn was ist die Gesprächseröffnung nach jedem mit Kumpels, abgeholt und gerade angefangenen Döners? Ja, kann man essen. Nee, mag ich nicht so. Passend dazu, alles rein extra Käse, scharfe Soße und Pulviber ist die einzig korrekte Wahl. Fight me. Aber wo wir uns über die Säuerungsgrade von Tomaten und die Schichtdicke von Rotkrautstreifen streiten, sollten wir erstmal unsere Rangelei beiseite legen, um dem wahren Feind gegenüber zu treten. Eine Sache, die Deutschland nämlich auch sehr gut kann, ist es, sich ein Gericht zu nehmen und die jeweils menschenunwürdigsten Zutaten ins Rezept zu schreiben, die man sich nur vorstellen könnte. Zum Beispiel der Leberkäse-Döner. Der Leberkäse-Döner kommt in seinem Fall natürlich mal wieder aus genau dem Loch, aus dem man es erwartet. Bayern. Genauer gesagt, Tischen rollt, denn da hatte sich ein gewisser Marco Kack-Mack November 2023 gedacht. Mhh, bayerischer Döner. Und so hat er dann begonnen, den Bayer-Döner zu entwickeln und das nicht nur mit Leberkäse, sondern auch noch Weißkraut und Saug und Gurken. Würde ich eigentlich mal so probieren, klingt auch geil. Und da hat sogar richtig Arbeit drin gesteckt. Zusammen mit seinem Fleischer muss er nämlich erstmal eine ganz eigene Fleisch-Käse-Rezeptur ins Leben rufen, bei der der Leber-Obelist nicht einfach von der Stange schmilzt. Weniger Arbeit und entsprechend auch öfter vertreten, ist dagegen dann aber wohl der Döner Hawaii. Und, muss ich überhaupt sagen, wie der ausschaut oder kann man sich das denken? Ja, dieser Döner zeichnet sich dadurch aus, dass er mit Sünde gefüllt ist. Und wieso haben eigentlich alle Döner-Boot dieselben Stockfotos alle tun, so als wären sie anders, aber am Ende legen sie nur analog und digital eine Ananas-PNG drauf. Und ich verstehe ja Ananas auf Pizza, ich bin ganz ehrlich, ist es lecker. Aber das letzte, woran ich bei einem Döner denke, ist ein Obstkorb. Warum müssen wir jedes Gericht von einem amerikanischen Inselstaat claimen lassen? Ich glaube, Hawaii selbst würde da nicht mit ihrem Namen in Verbindung gebracht werden wollen. Aber schlimmer geht immer. Wie wäre es zum Beispiel mit Grünkohldöner aus Oldenburg? Ja, richtig gehört. In den Wintermonaten kann man bei Ali's Kartoffeldöner seine Liebeserklärung an die deutsche Bevölkerung bestellen und bekommt dafür dann einen Döner mit extra, extra Grün. Und ja, der Bratwurst ist natürlich auch reingestückelt. Deutsch! Und wo es jetzt echt schlimm klingt, hat das wohl auch gute Abnehmer, denn die Leute mögen es. Was dafür aber wirklich niemand mochte, ist, als eine Dönerbude in Wolfenbüttel den Döner revolutioniert hat, indem sie das Brot weggelassen haben und sich stattdessen an der Eiswaffel unterm Schichtfleisch positioniert haben. Ein Döner in einer Waffel, beziehungsweise zwei Waffeln, denn man kann sich auch eine Knoblauchwaffel bestellen, als ob die Menge an den genutzten Maulstunk das Problem an der Idee wäre. Der aber wohl aller unheiligsten Namensmissbrauch geht wohl an Chios Kebab aus Wien. Wo die Waffel ja zumindest noch dünn ist und neutral im Geschmack, hat sich Chio gedacht, Döner, aber ich mache zwei Länder gleichzeitig sauer. Denn was gibt es hier richtig? Döner im Croissant. Döner? Im Croissant! Vielleicht brauchen wir doch strengere Regeln für den Namen. Was dagegen aber immer noch traditionell mit den besten Zutaten und Erntefrischer Liebe für dich zubereitet wird, sind unsere Videos extra scharf. Verstehst du? Die sind extra scharf. Mäh!